Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Asterix und Obelix XXL ohne Musik. Herr Kapellmeister, wo bleibt die Musik? Ja, heute mal nicht. Es geht weiter mit Asterix und Obelix, liebe Freunde. In der letzten Folge hatten wir ja Verleihnix und Automatix, glaube ich, befreit. Und die haben uns ihr Stück der Karte gegeben. Und das ist, glaube ich, der Schmied und der Fischhändler, die sich immer anschreiben, dein Fisch stinkt, nein, mein Fisch stinkt nicht und so weiter. Genau, die Kollegen haben wir befreit. Und dann sind wir nach Griechenland gekommen. Und wir haben den letzten Lorbeerkranz in der Normandie noch besorgt, damit der Obelix hier seinen Fashion-Badeanzug mit dem Schwimmflügel, das ist echt so geil. So, nice. So, und jetzt müssen wir den Eingang suchen. So, wir sind hier nicht reingekommen beim Vordereingang. Ich hatte aber hier drüben noch irgendwas gesehen. Ach, verstehe. So, da wird der Obelix aber nicht durchpassen wahrscheinlich. Oh, dann kann ich hier auch machen. Komm rein, Obelix. Schick, wie der auch glänzt da an der Seite. Hast dich eingerieben mit Buddha oder was? So, das sind übrigens neue und stärkere Gegner. Also, die sind auch ein bisschen größer als die... Wo ist denn die Musik? Ganz kurz, ich muss mal eben kurz gucken. Sound? Ich habe die doch nicht ausgestellt. Sag mal, was ist denn hier los? Musik. Warum höre ich keine Musik? Vielleicht beim nächsten Speichern. So, erst mal hier. Alter, ich habe ja noch einen Haufen Schilde vom letzten Mal. Oh. So, das ist was für Obelix. Da gehe ich erstmal da rauf. Jetzt kann ich den steuern. Den dicken. Ich bin nicht dick. Oh, und sammel erstmal hinterher die Multis ein. Das ist ein Träumchen. So, da hole ich mir jetzt hier mal die Helme. Dass die wenigstens noch zählen. Oh. Was war das denn? Warte mal. Nein, jetzt habe ich... Hm, na super. Scheiße. Jetzt habe ich noch mehr eingesammelt. Was war das denn? Was hat mich darunter gekloppt? Hallo? Hä? Was ist das? Was ist das? Ein neuer... Dieses gepitchte. Ein neuer Gegner, liebe Freunde. So, ich jump hier erstmal runter. Fallschaden gibt es übrigens nicht. So, erstmal prügeln wir den Asterix da hoch. Warum sieht er auch nicht mehr aus wie ein Römer? Also irgendwas läuft hier gerade schief. Mit dem Spiel. Keine Musik. Ich glaube ich muss den Asterix mal... Ja, super. Jetzt springt er da wieder runter. Oder hatte ich das beim letzten Mal ausgestellt? Hä? Bin ich... Okay, ich lasse jetzt die... Ich lasse die Falltasten jetzt los. Na, endlich. Was? Es tut mir leid, Freunde. Was ist denn jetzt los? Komm, Obelix. Glänze, boy. Mit Buddha eingereben. Mit Olivenöl aus Griechenland. Nein, nicht da aus Italien. Aus Griechenland. Zack. Was ist da hinten? Hier, oh, da sind Löwen. Oder irgendwas. Tiger oder so. Ach, du Scheiße, Freunde. Neue Gegner. Let's go. Ist ja nicht umsonst. Wir sind ja nicht umsonst weitergekommen. Denkt ihr, dass die Gegner einmal gleich bleiben? Nein. So, aber wie kriege ich jetzt den Obelix rüber? Hier ist ein Gummi. Zwei Gummibänder. Was soll da passieren? Da rastet er ja komplett aus. Komm mal auf. Hä? Wofür? Scheiße, ich kann den gar nicht lenken. Hä? Ich müsste doch eigentlich nur, zack. Achso, da müsste, weil die Kamera nicht hinterherkommt. Okay, warte mal. Ich glaube, der macht's von allein. Ich probier's nochmal. Go, 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 go. Nein. Jawohl. Jawohl. So, wofür? So, erstmal machen wir hier. Vielleicht brauche ich das noch. Ich muss hier bestimmt wieder ein paar Schalter betätigen. Und schön die Augen offen halten nach den Laubeerkränzen, Freunde. Zack, Schelle. Reingedrückt den Knopf. Zack. Da ist noch einer. Zack. Was haben wir jetzt aufgemacht? Ich will den Schild noch nicht einsammeln. Wir haben jetzt alle Lemschen aktiviert. Kommt der Obelix jetzt rein, oder was? Nee. Ah, warte mal. Weißt du, was ich falsch gemacht habe? Ich Idiot. Ich hätte die Fackel noch mitnehmen müssen. Oben. Ich bin so bescheuert. Weiß auch nicht, was heute los ist, Freunde. Ich muss ja da rüber, wo der Kollege stand. Entschuldigung, Obelix. So. Die nehmen wir uns. Und da ist auch die Musik wieder, liebe Freunde. Komm, Obelix. Schlage zu. Das klingt aber irgendwie ägyptisch und nicht griechisch. Äh, jetzt müssen wir da hoch. Zack. Zack. Und runter. Alles klar. So, pass mal auf, Mädels. Oh. Spielen wir den Obelix. Kommt her. So, das sind wieder die Einfachen. Weiß gar nicht. Sind das einfache Legionäre? Einen Moment. Ich muss mir das ein bisschen leiser machen. Sind das einfache Legionäre? Weil die anderen sind ja ein bisschen stärker. Also die goldenen, das sind dann die Zenturio oder so. Oh, ich will den Schild nicht einsammeln. Nein. Multis. Siehst du, wenn wir jetzt gewartet hätten und die anderen Multis vorher eingesammelt hätten? Überlege mal, was wir dann gekriegt hätten. Und hätte ich die jetzt vor... Und hätte ich die noch vorher eingesammelt, dann hätte ich noch viel mehr gekriegt. Mano. Spiel, du bist so gemein. So, aber wofür ist dieses Gummiband? Obelix kann ich es nicht benutzen, der ist so fett. Da seid ihr ja endlich. Mhm. Ich wusste, dass ihr hier vorbeikommen würdet. Gleich hinter mir wartet eine Aufgabe auf euch. Die furchterregendsten Löwen des Imperiums. Mhm. Sie haben schon so manchen Gladiator verjagt. Guck mal, das ist viel. Ihr müsst gegen sie kämpfen und sie alle ausschalten. Wenn ihr wollt, dass ich euch die Tempeltür öffne. Viel Glück. Alter, jetzt müssen wir uns mit Löwen prügeln. Na dann kommt mal her, Mädels. Zack, Combo-Time. Komm mal her. Bam. So, wartet mal. Einen Moment. Ich will noch mal ganz kurz gucken. Ich wollte nämlich... Die Keule-Kombo haben wir ausprobiert. Die Fallhammer-Kombo haben wir. Die Maulwurf-Kombo. Spring, springen. Was war denn das? Spring, springen. Am Ende zweimal schlagen. Und was war das andere? Spring, springen. Spring, springen. Umschalt, Q und dann EE. Okay, let's go. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Funktioniert ja super. Warte mal. Ich hab das doch richtig gelesen, oder? Ich hatte mir doch ein Foto gemacht auch. Einen Moment. Die Maulwurf-Kombo. Option. Steuerung. Spring, springen. Ah, Kuh. Ne, doch. Spring, springen. Umschalt, Q. Und schlagen, schlagen. Das muss ich hier nicht. Spring, springen. Umschalt, Q. Warte mal. Muss ich das vielleicht ganz schnell machen? Spring, springen. Na gut, jetzt ist die Kombo eh vorbei. Aber die können wir ja hier schnell aufladen. Kommt her! Guck mal, wie schnell die ja vollgeladen ist. Spring, springen. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Warte mal. Zack, 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 zack. Boah, alter! Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Es geht nicht. Wie soll ich das? Wann soll ich das machen? Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Wie? Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Kuh. Umschalt, EE. Andersrum auch nicht. Hä? Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Macht er nicht. Vielleicht geht das nur mit Asterix. Ich glaube, wir müssen die jetzt erst mal so fertig machen. Äh? Warum geht das nicht? Ich habe mir die extra gekauft. Was willst du? Scheiße. Pass mal auf. Dann machen wir den. Dann machen wir erst mal die andere Kombo. Zack. Ah, der Scharfschütz. Ja, ja, Mädel, komm. Das war ja nicht schwer. Mich juckt das. Warum geht das nicht? Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Spring, springen. Umschalt, Q, EE. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Keine Ahnung, Freunde. Versteht nicht. Aber vielleicht kriegen wir noch mal die Chance. Go, 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 go. Sammelt die Helme, Obelix. Warum auch immer die Römer ihre eigenen Helme in Kissen verpacken. Man weiß es nicht. Yeah, aber multis. Multiplizieren wir die Scheiße. Dann bin ich leise. Nein, bin ich nicht. So. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Noch mehr multis. Und noch eine Multi. Die mir jetzt gar nichts mehr bringt. Doch ein bisschen was. So, die Kiste noch. Und immer schön gucken, ob wir alle, äh, alle Lorbeck-Kränze finden. Ich will nicht noch mal absuchen, Freunde. So, ich gucke mich hier noch mal um. Oh, das sieht clean aus. Das sieht clean aus. Was ist das denn hier? Wetten, jetzt habe ich nur noch drei Schilder. Watt, wo sind wir denn jetzt? Was soll das denn? Nein, die kloppe ich nicht noch mal um. Oh, jetzt muss ich die, oh, jetzt muss ich die Tiger noch mal umhauen. Ich muss, Freunde. Ich komme ja sonst nicht durch. Boah, ich wusste ja nicht, dass das eine Falle ist. Ja, komm. Spaß dir. Ich wusste, dass ihr hier vorbeikommen würdet. Gleich hinter mir wartet eine Aufgabe auf euch. Die furchterregendsten Löwen des Imperiums. Sie haben schon so manchen Gladiator verjagt. Ihr müsst gegen sie kämpfen und sie alle ausschalten. Wenn ihr wollt, dass ich euch die Tempeltür öffne. Viel Glück. Dankeschön, komm. Es tut mir leid. Ich sammle dafür die ganzen... Alter, jetzt habe ich echt nur noch drei Schilde. Leck mich. Wir machen jetzt einfach so, kurzen Prozess. Oh, nein! Ich will ihn hier. Komm. Zack. Das geht auch ganz schnell. Ah! Scheiße, keine Kombo mehr. So, drei fehlen noch. Kommt her, Mädels. Alles klar. Diese scheiß... Bodenklappe war nur eine Falle für die Viecher hier. So, komm, mach auf, Ingrid. Nein, dann. Ja, dann hoffe ich doch. Das Schicksal eurer Freunde hängt von euch ab. Komm. Mache Eier. So, wisst ihr was? Die Helme, die ich eingesammelt habe, jetzt sind einfach dafür, dass ich die Schilde verloren habe. Oh, wir können speichern, Freunde. Nice. Zack, Nackenklatscher. Aufgewacht. Suppe kochen. Weiter geht's. Da oben ist ein Lorbeckranz. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Danach ist das, glaube ich, schon der vierte in Griechenland, ne? Wir haben, glaube ich, schon drei eingesammelt, oder? Ist dem nicht... Nein, wir haben noch zwei. Wir haben nur zwei eingesammelt. Da möchte ich ja fast nochmal zurückrennen. Komm. Hier geht's bestimmt weiter. So, was haben wir jetzt an... Och, und zum Schluss sammle ich die Multi ein. Leck mich am Arsch. Ah. Und nu? Da ist auch nochmal ein Knopf, hä? Böschen, wo fehlt noch was? Hier vielleicht noch? Hier geht's aber schon weiter. Komm, Mann, Abgang, Junge. Der hat ungefähr meine Statur. Dieser neue Römer. Bin auch so ein Lulatsch. Wie soll ich da rankommen? Hier sind doch keine Knöpfe mehr. Oder? Ah. Einen Moment, ich muss mir mal die Tastatur... ...Stücke rüberschieben. So. Ah, verstehe. Hier im Wasser. Ah, okay. Man kann's aber noch einmal versuchen. Hä? So. Okay, jetzt muss ich also schnell sein. Nein, ich Idiot. Kann ich das jetzt nochmal probieren? Ja. Okay, man muss jetzt hier raufrennen. Ah. Verdammt. Jetzt muss man das wieder aktivieren, ey. Alter, das ist auch wieder tricky. So, come on jetzt. Zack. Zack. Das war auf jeden Fall der Lorbeerkranz, aber er ist doch auch noch ein Schalter. Den will ich auch aktivieren. Fuck you. Damn, boy. Das wird jetzt hart. Hallo. Let's go. Wie soll man da rankommen? Wie soll man da rankommen? Da kommt man doch nicht ran. Spiel, bitte. Hä? Alter. Let's go. Jetzt aber. Hände kurz schütteln. Tun echt weh, Alter. Das tut richtig weh. Du kriegst doch richtig Zerrung in den Fingern. Oh, mir geht so schlecht, Freunde. Erste Weltprobleme. Da kommen wir nicht ran. Wie soll... Immer jetzt ganz im Ernst. Wie soll man da rankommen? Der wechselt ja hier nicht. Kann jetzt hier nicht zu Obelix wechseln. Wie soll ich das machen? Da kommst du doch nicht hoch. Aber da ist ein Knopf. Ich will an diesen Scheiß-Knopf kommen, Freunde. Das gibt's doch nicht. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich will an diesen Knopf kommen. Oder ist das wirklich nur für den... Da ist doch ein Knopf. Da ist doch ein Knopf da oben. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich komm da nicht ran. So, der Doppelsprung ist halt ziemlich lang. Das heißt, man müsste vielleicht erst normal springen da drauf. Du schaffst ja nicht. Du schaffst ja nicht mal mit einem normalen Sprung. Scheiß, Droide. Guck dir einfach zu. Mann, sag doch mal, wie das geht. Das gibt's doch nicht. Ich will an diesen Scheiß-Knopf kommen, Freunde. Mann. Wie soll man das machen? Fick dich. Scheiß auf den Knopf. Drauf geschissen. Scheiße, da gebe ich dir nochmal einen Schlag mit. Ja, wir speichern hier. Ja, wir überschreiben die Scheiße. Ist gut. Danke, alter Mann. Jetzt wird mir das Geheimnis auch verraten können. Mann, ey. Das kotzt mich an mit diesem Knopf. Wie soll man da rankommen? Komm her. Versuch's doch gar nicht mehr. Hier alleine will er sich... Ist der schon wieder? ...und du eine Fackel in der Hand? Umso besser. Du musst unbedingt dafür sorgen, dass die Fackel angezündet bleibt. Wenn du in diesem Tempel-Labyrinth weiterkommen möchtest. Und das wird sicher nicht einfach. Super. Warum das nicht einfach wird, will er mir auch nicht sagen. Warum sollte die Fackel hier nicht angezündet bleiben? Okay, ich darf halt nicht ins Wasser, aber das ist doch... Da kann doch trotzdem die... Ja, hauen wir erstmal die Kollegen da rum. Alter, die hauen ja schnell zu. Komm, mach einen Abgang. Die Mucke. Oh, die machen aber keinen Schaden. Die prügeln dich einfach nur weg. Komm her. Was machst du denn? Gehst du jetzt hier... Ey! Weg mit dir. Hmm. Lecker Schinken. Das kotzt mich an mit dem Knopf, ey. Wie soll man das machen? Das kann man doch gar nicht schaffen. Das lag ja auch nicht daran, dass ich jetzt einen Fackel in der Hand hatte, oder? Das kann man einfach nicht schaffen. Punkt. So. Zünden wir mal an und hüppen wir mal durch, würde ich sagen. Let's go. Das ist doch easy. Das ist doch easy pup easy. Was ist hier? Ja, jetzt wechseln wir zu Obelix. Und nun? Heiner? Das ist doch ein Witz. Zack. 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 Okay. Hier fehlen noch einige Lampen. Ach, guck mal da unten. Was wollt ihr denn? Komm her. Komm, Abflug. Abflug, Mädels. Das ist echt so die geilste Kombi eigentlich. Äh, Kombo, nicht Kombi. Das ist der geilste Kombi. Das ist eigentlich die Mehrzahl von Kombo. Kombi? Oder Kombos? Eigentlich Kombi, oder? Vor allem, wie lange jetzt die Fackel einfach brennt. Wie geh ich denn jetzt hier einfach hin eigentlich? Wo, was? Hä? Ich muss jetzt den Asterix zurück. Ah, okay. Ich muss ihn erstmal hier rüber kriegen. Da ist auch so ein Ding. Hm. Aber da müssen wir schon mal ein paar Lenschen drücken, oder? Hier geht's nicht weiter. Müssen die etwa in der richtigen Reihenfolge, oder was? Ach so, das muss genau... Hä? Das muss genauso wie da drüben sein, oder was? Guck mal auf. Erstmal hole ich den Asterix. Komm. Zack. Das stimmt an die Scheiße. Zack. So, was ist hier? Was soll ich hier machen? Welche Reihenfolge soll ich jetzt sein? Das wäre ja dann eigentlich nur der, der leuchten soll, oder? Ah, verstehe. So, jetzt gehen wir da hin. Nice. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Okay. Cool. Das war's. Kann ich jetzt nochmal? Nee, wa? Nee. Okay, dann gehen wir weiter, Freunde. Erstmal... Halt, bevor ich da runterspringe. Zünde ich erstmal die Faggel an. Kann ich mir das selber... Ach nee, ich muss da hoch. Verstehe. So. Alles klar, dann zünde ich gleich nochmal. Zack. Jetzt gehen wir rüber. Ja. Stellen uns hier rein. Jetzt geht der Obelix runter. Ja, aber wohin jetzt mit dem Jungen? Komm. Asterix. Pass her an. Und rüber. Auf den Stein. Ah, ich höre schon Kampfmusik. Ja, ja. Kommt mal her, Mädels. Oh, hier geht's weiter. Zack. Zack. Warm, Junge. Komm. Zack. Das war gar kein Problem. Mehr? Nee? Okay. Warum macht der das immer einhändig? Zweihändig wird doch viel schneller gehen. Und der Ide fix. Der schwimmt da. Süß. Und Obelix hintern glänzt. Freunde. Es tut mir so leid. Müssen alles nochmal machen. Verdammt. Ich muss mir erstmal die Fackel entzünden. So, komm. Lauf, Asterix. Lauf. Zack. Obelix. Geht runter. Zieh den Stein zurück. Oh, Zeit ist gleich rum, Freunde. Zieh, Junge. Zieh. Und rüber. Und zurück. Wie, jetzt nochmal? Oh, na komm. Schon wieder doppelt gemoppelt mit den Helmen. Aber ich kann da nichts für, Freunde. Was wollt ihr denn? Komm. Wo, Alter. Junge, warum? Hallo? Kombo? Na, also. So. Entschuldigung, Asterix. Geh weiter. So. Jetzt ja nicht runterfallen. Geh weg. Zack. Zack. Boom. So, gehen wir mal rein. Obelix kommt nicht mit. Das klingt mir doch sehr nach einem Druin, der hier irgendwo pennt. Wo ist denn der? Hä? Wo bist du? Motherfucker. Und die Multi. Wieder viel zu spät. Ach, der ist wahrscheinlich hinter den Kisten. Was ist das denn hier? Umkleiderraum oder was? So, da geht's nicht weiter. So, komm rein, Obelix. Oh. Jetzt hätte ich die Multi brauchen können, aber scheiße. So, pass mal auf, jetzt kriegst du eine Nackenklatsche, Junge, aufgewacht. Und wir sprechen wieder. Und dann würde ich sagen, die Zeit ist rum, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo es dann weitergeht in Griechenland. So, stellen wir uns mal hier hin. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut, Freunde. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.